So Leute, jetzt noch eine gute Mary Box. Aber die will ich jetzt so auspacken. So! Ohne Start! Stop! Eine wunderschöne Mary Münze. Achso, die sieht man da nicht heute. So. Beautiful, Magical, Mystical. Wunderschöne Mary Food Trainer, 30er. 30er geht's schon mal. Wunderschöne Mary Heal. Das ist wirklich gedamaged. Die Bücher sind so süß. Wunderschöne süße Würfel. Danke. Wunderschöne süße Token. Und das wichtigste. Eine Deckbox. In der Deckbox. So ein Booster. Komm ich gar nicht. Zwei Flammen die Finsternis. Farmschock. Schwert und Schild. Schwert und Schild. Schade Geherrschaft. Schade Geherrschaft. Schade Geherrschaft. Schade Geherrschaft. Gute Packs oder nicht? Ich hab's jetzt nicht gehört. Ich hab's jetzt nicht gehört. Ich hab's ja schon gehört. Ich glaub, der Finsternis hast du Glurak. Schade Geherrschaft. Ah, Bassets sind auch dafür? Ja. Achso, vielleicht weil ich's auf Englisch geschaut hab's sind andere. Egal. Bassets Goldrass. Start mir einfach so in der Reihenfolge. Mhm. Die Deckbox ist auch ganz schön. Im Prinzip. Voll süß auch, oder? Was hieß das? Garbo. Garbo fest. Garbo. 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 Ist das deutsch? Ja? Der heißt doch niemals Cargodon. Echt? Weißt du, wie er bei Pokemon Go heißt? Emekoro. Englisch. Du hast ja Englisch, oder? Ja, das kann sein. Du bist Englisch, der Cargodon. Was ist das? Nein, das wird Farbenschock. Farbenschock. Umlicht. Blanas. Kett. Wurrl. Wurfels. Fifi. Bebek. Unklatter. Picuda. Picuda. Caracchelo. Lamar. Oh! Lamar. Dull. Dunde ist der Bibliothek. Schwächtel, Peset? Nein, Pekret. So. Hab ich noch nie gehört, ne? Ja. Guck mal. Ah ja, voll. Zwei, drei, vier. Metall. Superball. Trank. Rizeros. Was ist das Franchot? Wolli. Chimple. Memeo. Ja, Paz, Christoph. Rihom. Aurora. Und Liberlo. Liberlo. Wie viel hat die Kosti, Mary? 60? Pappa. 15. Pappa. 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 Cap53. Pappa. Tappa. Pappa. Grunken. Pappa. Gchi. Nur 3er-Schaurige. Nur 3er-Schaurige, aber nicht viel. Bambus, 3er! Da ist die Base-Fettoschriffe nicht unbedingt für drin. Und so der Löffel. Pflanze. Hügel des Dinopoms. Agate. Wuffels. Wolltich noch. Chimpup. Ich brauche etwas für Sandrun. Aber es sind nicht alle so. Und das Arc. Das heißt, die Karten sind wirklich random in ein Pack zusammengegeben worden. Weil es waren ja nur 2-3. Angelegt. Handschuhe der Rätlichkeit. Gelia. Ucruz. Iskola. Dicta. Ignivor. Potokil. Kolifne. Okay, das war ein sehr schlechtes. Alle kein Hit in allen Wüstern. Noch kein einziger? Nein. Das ist halt... Alle kein einziger Hit. Aber jetzt auch für Full Art und passt. Navidus geht's nicht aus? Wird's nicht aus, Bruder. Das wäre eh... Wasser. Spanser. Mach langsam bitte, weil die letzte Shot echt... Primova. Semops. Ganz langsam, okay. Scharbo. Drasla. Ganz, ganz langsam jetzt. Bitte ganz, ganz langsam. Das ist nicht alternativ. Die ist auch alternativ. Ist auch eine alternativ? Ja. Also die ist auch sicher. Was wird am Alter wie live an... Was? Aber... Alter. Ich hab den anderen Namen. Hab ich's nicht grad gecallt? Tschüss Leute!